Herzlich Willkommen liebe Leute zu eurem neuen Talkshow Format. Jeden Montag ab jetzt gibt es um 20.15 Uhr The GameAccounts So. The GameAccounts So ist ein neues Talkshow Format hier auf meinem YouTube-Sendal GameAccounts. Das erste Talkshow Format, in dem wir über alles aktuelle aus der Welt der Videospiele, aus der Welt des Kinos und aus allen anderen nötig interessanten Welten gerissen werden. Wir werden über die fastidesten Ereignisse Talken und das zusammen festhalten hier in dieser Talkshow. Das Besondere ist, ist jetzt hier mal ein Studio, manchmal alleine, manchmal mit Freunden, aber nicht so das, sondern ihr könnt als Hushauer, als wir Discord auch noch Telefones einklenken in die Talkshow und zusammen mit uns oder mit mir über die aktuellen Ereignisse Talken. Dies ist ein neues Talkshow Format, was ab Montag, den 2.12., also ab morgen, auf dem YouTube-Sendal Starten wird. Jeden Montag ab jetzt um 20.15 Uhr gibt es eine Live-Episode, wo wir eine Dreiviertelstunde lang über die aktuellen Ereignisse reden. Mich würde freuen, wenn ihr am Staffelstart morgen dabei sein würdet. Weitere Informationen dazu findet ihr auf meiner Homepage www.youtube.com.com.au Oder auf meiner Homepage www.youtube.com.au Ich würde freuen, wenn ihr dann vorbei sein würdet. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend. ... ... ... ... Vielen Dank.